Hallo zusammen, wir sind heute auf dem FCZ-Trainingsgelände in Zürich und ich habe Davide Gimiento, der heute Super League Summer Challenge mit mir aufnehmen wird. Freust du dich? Bist du nervös? Nein, geht schon. Eine halbe Minute jonglieren, das sind keine Probleme. Und meine Fragen beantworten? Das geht auch noch, ja. Genau. Dann würde ich sagen, starten wir auf meinem Pfiff. Und die Stopp-Bauer muss ich dann auch noch einschalten. Bist du ready? Ja. Eins, zwei ... Davide, wer macht der meiste Party vom Team? Armando Sadico, den wir vorher gehört haben. Und wenn du eine Superkraft aussuchen müsstest, welche wäre es? Äh ... Superman. Hast du keine Superkraft? Diese Superkraft ... Ah, ist schon gut. Fliegen zum Beispiel. Kannst du Schweizerhymme singen? Nein. Italienisch? Besser, ja. Dann sing doch mal. Fratelli d'Italia Italienisch? Das ist gut. Wirst du auch zum One-Night-Stance? Äh ... früher nochmals. Also, hast du gehabt? Ja. Wenn dein Leben ein Buch wäre, wie würde es heissen? Ähm ... Interesting. Wie viele Follower hast du auf Twitter? Äh ... zweieinhalb Tausend, glaube ich. Würdest du gerne mal ein Tag eine Frau sein? Nein, danke. Das überlassen wir uns. Warum denn nicht? Das ist kompliziert. Zu emotionell. Welchen Spieler würdest du am liebsten das Tunnel schreiben? Schreiben? Oh! Ähm ... äh ... Wir machen jetzt weiter. Wir machen jetzt weiter. Ähm ... zwei Tomaten gehen über die Strasse. Die hinten wird überkarren von einem Auto. Was sagt die erste zu zweit? Keine Ahnung. Und kein Job. Bei welchem Film hast du das letzte Mal geheult? Äh ... pfff ... Ich weiss es nicht mehr. Was gibt neun mal neun? Äh ... Aaaaaaah ... Einen acht. Einen acht. Was ist jetzt das Wort im Lexikon? Äh ... I'm confused now. Vier oder wie? Äh ... wie? Einen Satz müsstest du beschreiben? Ich selber oder was? Ähm ... different. 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 Sehr gut. 1,35 Uhr. Wir stoppen. Wir stoppen. Ach ... Er ist dir glaube ich runtergeholt? Ja, ich habe ein wenig ... Ja, es ist passiert. Ist passiert? Warum denn? Ja, ich habe ein wenig zu komplizierte Sachen gemacht. Bist du aber auch ein wenig müde, oder? Ja, es geht. Es geht. Oder das Kind? Nein, aber die Familie. Im Moment schlafe ich nicht so viel. Aber das ist gut. Genau. Aber es hat jedenfalls trotzdem Spass gemacht. Ich hoffe dir auch. Und natürlich eine gute Saison. Danke. Ciao miteinander. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018